Ab sofort ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung liegt in Nürnberg. Das im Jahr 1996 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 455 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.